Herzlich willkommen! Heute begrüße ich euch zu dem Thema Sofa und wandelbare Möbel. Hier sehen wir zum Beispiel unseren Transformer Couchtisch, den man stufenlos auch, wenn man mal einen Salat essen möchte oder Kaffee trinken möchte, in der Höhe verstellen kann. Und wenn Gäste kommen, dann kann ich mir den auch zu einem Esstisch umfunktionieren. Das sehen wir hier. Einfach ausziehen, die entsprechenden Erweiterungen ausklappen und ratzfatz hat man einen Esstisch für noch, sagen wir mal, sechs Personen ist das durchaus möglich. Auch jetzt ist er noch höhenverstellbar. Also ich kann ihn jetzt auch auf meine Sofahöhe fürs Kartenspiel oder wie auch immer verändern. Und ansonsten ist er auch genauso schnell wieder zusammengeschoben. Und dann sagte ich ja schon, Sofa kann auch was. Wenn die Gäste weg sind, Kaffee trinken vorbei, dann möchte man sich gemütlich hinlegen, vielleicht die Beine hoch und das geht so. Super, film ab.